Musik Ja, an einem so schönen Sommertag gibt es doch nichts Schöneres, als sich raus in die Wiese, zwischen Blümchen und Ameisen zu legen und ein kühles Weizen zu trinken. Wer am Wochenende nur in den Seilen hing, den kann ich beruhigen, denn unser Team tat das auch. Jedoch waren Selina, Julia, Philipp und Michelle nicht faul oder müde, nein, sie schnupperten ein bisschen Höhenluft zwischen wackeligen Hängebrücken und Seilrutschen im Abenteuerpark in Homburg. Außerdem besuchte Lukas seinen Saarbrücker Hidden Champion, der nämlich immer dann da ist, wenn alle anderen Feierabend haben. Zwischen Bierkästen und Pocketbikes beglückt Medom feierfreudige Leute, die vergessen haben, ihren Spirituosenvorrat vor Ladenschluss aufzufüllen. Und damit hat er auch schon so manchen Menschen den Abend gerettet. Zu Gast haben wir am Mittwoch Marc Strauch vom Asta, der uns einmal so erzählen wird, was dort so im Moment los ist. Abenteuer, Information, Abenteuer, Information, Abenteuer, Information, Abenteuer. Wir können uns mal wieder nicht entscheiden, aber haben für euch die beste Mischung zusammengestellt. Seht selbst. Mittwoch 18.18 Uhr einschalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.